Hallöle, ich bin's, der PiuPiuPilo. Heute bin ich Luigi. Besser gesagt auch Wi-Gi oder Wi-Gi. Äh, ja. Okay. So, willkommen heute bei Minecraft PvP. Mir, der PiuPiuPilo, Aura, ne, äh, Mario Party. War ja lange nicht mehr. Ich glaub, ein paar Tage, Monate, Wochen, aber egal. Und, es hat jetzt sehr lange gedauert, bis ich überhaupt, bis die Runde überhaupt angefangen hat. Es ist gerade 10.44 Uhr und sagen wir mal, 10.20 Uhr war schon in dem Raum drin und nix war. Und diesmal zeig ich euch, wie man Skill beweist, indem man verliert. Ja, ich werde so verlieren. Herzlich willkommen. Gewinne Minispiele, um bessere Würfel zu erhalten. Ja, versuche ich. Es geht los. Stoppe den Würfel. Es ist die 3. Und der Hubschrauber draußen, der ist auch toll. Ich habe heute tatsächlich mal ein Thema, was ich labern will. Und zwar wahrscheinlich nur 2 Minuten und das war's. Und zwar, äh, äh, hab ich im Radio gehört, dass ein Asylant erschossen wurde. Und zwar einer. Sagen wir mal so, es geht los. Ein anderer Asylant hat von ihm den, äh, die Tochter genommen und wollte sie, äh, ausnehmen. Also, äh, missbrauchen. Die Musik kommt mir bekannt vor. Oh, ach ja, da war ja was. Geh mal weg. Yay, gewonnen. Ah ja, und... Ja, der wurde dann in den Polizeibagen gesteckt und festgehalten. Und dann kam der Vater und hat das mitbekommen. Und wollte ihn erstessen. Doch, Polizei hat das nicht zugelassen, hat auf den eingeschossen. Und dann, dass der, wie soll ich sagen, im Krankenhaus dann gestorben ist. Obwohl, das richtig asozial war. Der hatte nur ein Messer gehabt. Nichts sonst so weiter und die erschießen den einfach. Ey, die sind doch ausgebildet oder so ein Scheiß. Nein! Ihr Schweine! Ihr Schweine! Oh, da ist ja bunte Farben. Oh, geil! Da, 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 da. Irgendwie kommt mir die Musik richtig bekannt vor. Ich weiß nicht von wasch. Ah. Stamm. Könnt ihr uns in die Kommentare schreiben, welche Musik das ist? Ich weiß nicht von wem. Ich will mir das runterladen. Und dann, als. Ähm. Ja, als Zinderbuchmusik benutzen. Nee, nee. Spaß. Oh, sechster Platz. Wenigstens habe ich überhaupt einen Platz erreicht. Das ist schon mal gut. Was für ein Würfel kriege ich jetzt? Bestimmt nur sechs. Ja, komm schon. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich habe die Macht. Die Macht. Drei. Ich schaffe das rein wahrscheinlich die ganzen Runden und dann verliere ich. Ich hoffe, es kommt ein Boserfeld. Aber nicht der negative Boserfeld wie letztens, sondern der positive. Ja, das wäre ganz nett, wenn er jetzt ein Positiver kommen würde. Nee, es kommt keiner. Schön. Oh, Veronica. Geil. Hallo. Ey, du hat mich geschlagen, die Frau. Ja, auf mich zu schlagen. Ja, ey. Ich werde geschlagen. Nicht schon wieder. Was ist das denn mit einem Spiel? Wettrennen? Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Sagen wir mal so, das Wettrennen werde ich eh verlieren, weil ich bin sehr schlecht. Und ich kenne die Wettrennen noch nie. Ich habe das noch nie gemacht. Lusch, lusch, lusch. Lol. Lalala. 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 Laa. Wow. Habe ich toll gemacht. Super. Gut gemacht, Dito. Super. Husch. 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 Der huckt einfach runter. Das finde ich einfach. Das ist ein Wunder. Lol. Lol. Oh, lol. Hilfe. Hilfe. Ich habe aber einen Zaun. Wer hat denn den Zaun dahingestellt? So eine Scheiße. Bin ich gerade erster? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich hoffe, ich schaffe es. Ich habe den ersten Platz. Ja, ja, geil. Ich habe es geschafft. Yeah. Super. Oh, Yoda. Hallo, Yoda. Was? Ne. GG. Ich mache keinen GG. Ich habe nur nicht die Runden gewonnen, alle. Wird die Endrunde gewinnen, dann mache ich GG. Aber nee. Ja, GG am Po. Ho, ho, ho. Ja, okay. Ne 3. Okay, was kriege ich danach? Ne 6 oder was? Kommt schon. Ich möchte gerne Gutes. Ja, ich habe es gewusst. Ich kriege eine 6. Oh, ist doch schön. Äh, ja. Ich sag mal. Gestern kam ja... Wieso gehe ich mit einem Scheiß-Baus auf der Erde? Da hat er das nichts gebraucht, die Nummer 6. Ah ja, ich habe gestern ja CSGO gebracht. Ich sag euch eins. Oh, Survival Games. Ich werde eh polieren. Ich habe noch nichts. So, ich habe jetzt fast was Gutes. Oh, die Franken. Ich muss mich erstmal kurz ducken, weil die gleich sich bekannten. Und dann renne ich rein und mach sie kalt. Oh, Mann. Wo sind die denn? Oh, hallo. Oh, nee. Lass mal was. Hallo. Hallo, Mrs. Hacker. Lol. Hallo, ich bin hinter dir. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Bitte bleiben Sie stehen. Ich will, dass Sie stehen. Bleiben Sie sofort stehen. Ich satte stehen geblieben. Hallo. Hörst du mich ab? Oh, ich hau dich kaputt. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt hau ich alle Winde weich. Oh, ich brauche mich. Nee, ich wollte eigentlich essen. Je, er hat mir nichts gebracht. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Hallo? Ich sehe jemand. Yoda? Hallo, Yoda. Da ist Yoda. Hallo, Yoda. Ich hab den gerackt. Gerackt. Richtig geil. Richtig geil. Gerackt. Ah. Hallo? Hallo? Wo ist denn hier einer? Yoda? Game Boy? Wat weiß ich? Wo seid ihr? Ich muss euch alle zerstören. Da hinten hab ich den Namen gesehen. Wieso hab ich hier keinen Punkt, äh, keinen Pfeil, Ding, was weiß ich? Zehn Sekunden. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Hallo? Ah, da ist jemand. Hallo? Scheiße. Aber ich bin erster. Juhu. Ey, Alter, ich bin ne Mindig, ich bin richtig gut, ey. Ich hatte zwar Angst gehabt, dass wir am letzten Play ein paar Looten hier im Park dabei sind, weil ich dann nur noch verlieren würde. Aber, nee. Das mach ich nicht mit. Deswegen. Ich werde so oder so gewinnen. Egal, wer hier mitspielt. Ah. Äh. Oh Mann, das war so dumm jetzt, ey. Wisst ihr was? Ich muss jetzt wieder was Schönes reinschneiden. Oh, wieso sag ich das? Ich hab nämlich... Ey, ey. Warum? Warum? Sieben Felder zurück. Ich hasse dich, Bowserfeld. Ich hasse dich. Wegen dir bin ich nur... Zweiter? Okay. Ich hab mich ein bisschen... Was ist das denn? Das kenn ich gar nicht. Ach, du scheiße Pferderin. Warte mal, wie war das? Äh, fünf. Äh, okay. Mach mal das schon. Ich verliere eh. Ah ja, man soll mit der Maus irgendwie was machen. Oder wie war das? La la la. La la la. Ich bin ein Pferd und ich sage... Haha. Ich seh nix. Hört auf mich in der Arsch. Ey, die sind mir zu nah am Arsch, ey. Aber er stimmt sich richtig gut. Ich hoffe, die fallen mal runter hier oder so. Ich hoffe, ich hab das nicht gesagt, damit ich jetzt runterfalle oder so. Weil wenn ich jetzt runterfalle, heul ich schon. Dann muss ich wirklich weinen. Aber wir werden das schaffen. Guckt euch mal an, wie gut ich bin. Ich bin so toll. Ich bin so schön. Ich muss jetzt einfach mal stöhnen. Ja, ich hab den getrollt. Lol, komm schon, komm schon. Luscht, Luscht. Ey, das sieht so gut aus. Ja, ich werde erster. Schon wieder, schon wieder. Oh, ich bin so toll. Ich find das so geil, wenn ich gewinne. Ah ja, ich wollte ja was reinschneiden. So. Ich schneide jetzt rein, wie Paluten an German's Place Maskelett. Ja. Verdammt, ich hab doch gar... Nee. Scheiße. Wie soll ich das jetzt animieren? Scheiße. Das wird hier richtig scheiße werden. Hätte ich nicht sagen sollen. Wie viel hab ich? Oh, ich bin erster. Ey, wenn ich erster bin, ich freu mich dann. Was kommt denn jetzt für ein Spiel? TNT ran. Ach du Scheiße, da rennen ich da eh in den Tod. Ach nee, das... Ach so. Sag das doch, das ist das. Ich muss mal nach da. So, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lusch, 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 lusch. Geht schon los? Ja. Scheiße. Die Säcke. Jetzt muss ich ein bisschen springen. Aber das ist ja okay. Geht mir aus dem Weg. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Nein! Genau in die Ecke rein. Verdammte Shit. Dabei war ich sehr gut. Ich habe so viel Skill bewiesen. Aber es reicht an Skill. Ich glaube, ich habe keinen Skill mehr für den Rest. Aber okay. Dann halt nicht. Dann muss ich das halt so irgendwie... Oh, sie ging aber schnell. Yoda, gut gemacht. Ich glaube, Yoda wird sein Erster. Könnte ich jetzt bitte mal würdeln. Oh, ein Schmetterling. War das ein Schmetterling? Oh, ein Dötenkopf. Oh, eine 5. Schön. Ich bin begeistert. Äh, dürfte ich jetzt bitte weitergehen? Ich möchte gerne weiter. Ich möchte gerne weiter. Ja, Scheiße. Baby Kill hat 10. Dürfte ich bitte 17 Felder noch? Ja, Scheiße. Ich bin Zweiter. Wie braucht die noch? 13. Scheiße. Ich verliere. Ich hätte nicht sagen sollen, dass ich gewinne. Jetzt ist das kacke. Verdammt. So, was ist das denn? Ach ja, äh. Äh, was? Wollblock. Okay. Dann machen wir das Scheiß zu. Wollblock. Und ich hoffe, ich gewinne. Ich hoffe, ich gewinne. Gut. Nein. Ich bin falsch rum. Nein. Ah. 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 Das war aber richtig brutal. Grün. Alter, meine Reflexe sind gerade nicht gerade gut, weil ich habe ein bisschen was in meinem Kopf. Da ist gerade eine Biene drin. Die schummt, schummt, schummt immer rum. Deswegen. Schocki. So, was soll ich denn jetzt haben? Schwarz. Schwarz. Okay. Also, das ist richtig witzig. Blau. Ist das blau? Ja, ist blau. Super. Geil. Fantastisch. Ich hätte springen sollen. Ich Idiot. Ach, nee. Ich tue so, als würde ich noch mitspielen. Ich kann nicht runter. Verdammt. Ich wollte gerade runterspringen und zeigen, dass ich noch mit bin. Ich spiele und gewinne. Ich sehe nur zwei Leute. Oh, macht bitte hin. Ich brauche noch eine Six. Ach, Mann. Wird das heute noch was? Alter, der eine rastet gleich aus. FCK, ey. Wir dürfen bei FC schicken. Ne, warte mal. Kentucky schicken. KFC. Ach, falschrum. Scheiße. Ich wollte dich ja fragen, warum schreibt der jetzt KFC rein? Werbung oder was? Oh, nee. Ja, gut. Dann werden wir jetzt das erste Mal mit drei Würfeln, so wie am Anfang, und verlieren. Wir werden wahrscheinlich nicht mal den dritten Platz erreichen. Aber ist mir egal. Hauptsache, hier ist... Spass. Oder sowas ähnliches. Püff. So geil. Wie bra... Oh, der braucht nur noch acht. Ich brauche noch 14. 19. Okay. Ich brauche einfach eine gute Zahl. Warte mal, wie viel brauche ich? Eine 14. Verdammt. Da gehen zwei Sechsen schon mal gar nicht. Was ist das? Was ist das? Erlüterin? Was ist denn... Nein! Ich... Ich habe das nur nie gemacht. Ich weiß doch gar nicht, wie ich fliegen kann. Muss ich da einfach fliegen? Oder wie ist das? Achso. Wie... Wie kann ich denn fliegen? Hallo? Ich weiß doch nicht, wie ich fliegen soll. Wie kann man denn fliegen? Hallo? Ich kann meine Flüge nicht entspannen. Hä? Verstehe ich das nicht. Hä? Ja, das... Das... Äh... Wie fliegt man denn? Leute, wie schaffen die das? Hä? Wollen sie mich treuen? Wie kann man denn fliegen? Wie fliegt man denn? Hilfe! Ich weiß doch gar nicht, wie ich fliegen soll. Ich fliege noch ein Tod. Ach! Jetzt weiß ich, wie es geht. Lol. Ich muss einfach... Scheiße. Hä? Wollen die mich verarschen? Wollen die mich jetzt aber richtig trollen? Hallo? Hä? Was ist das denn für eine Scheiße? Hallo? Hallo? Hilfe! Ich kann doch gar nicht fliegen. Ich weiß nicht, wie die Scheiße geht. Ja, flieg bis zum Ende. Ich habe gerade Luft gehört und konnte ein bisschen fliegen. Aber wie konnte ich fliegen? Wie habe ich das gerade gemacht? Scheiße, Mann. Hallo? Hä? Wollen die mich verarschen hier? Das funktioniert ja gar nicht. Wusch! Ey. Die wollen mich ja alle verarschen, ey. Wie kann ich denn fliegen? Verdammte Scheiße. Muss ich... Hä? Muss ich jetzt... Ich habe einfach mal... Lol. Lol. Hä? Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Oh. Fliege mein Wind. Fliege mein Wind. Hallo? Hallo! Oh! Das ist so scheiße. Ich muss halt... Ah, jetzt verstehe ich das. Lol. Ein Stein war mir im Weg. Ich weiß jetzt, wie ich fliegen kann. Juhu. Einfach mal Leertaste spam. Hätte man mehr sagen können. Aber macht ja keiner hier. Warum? Weil die wissen wollen, dass ich verliere. Los, los, los. Nein, nein, nein. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Ich habe gerade akkursiert. Aggressionen habe ich gerade. So, wie machen die YouTuber das denn? Die fliegen irgendwie immer perfekt. Wenn ich fliege, kommt so eine Scheiße raus. Ich kotze hierhin, Mann. Ey, wieso ist noch keiner am Ziel, ey? Schafft das überhaupt nicht? Ich sage nicht alles hin. Nein, nur muss schon am Ziel sein. Ich hasse das so sehr. Einer hat es geendet, ey. Ne, eigentlich noch keiner hat es geendet. Ich kann ein bisschen fliegen, aber nicht ganz. Au! Schmerz. Habt ihr das gehört? Mein Knochen ist direkt gebrochen, ey. Direkt bei der Landung. Ich glaube, das ist zu schwer für mich. Alter, so wie ich fliege, ey. Das ist ja richtig schlimm. Hallo! Hust du auf? Lol. Ey, das ist so scheiße. Ich komme mir gar nicht voran. Ich bin zu weit. Ich komme nicht mal. Das ist mir zu schwer, das Elite-Zeug da. Die können mal neue Spiele-Modi reinmachen. Die ich auch schaffe. Mann. Ja! Ich fliege! Nur einer hat es geschafft von allen. War ja klar. Das war so schwer. Ich kann nicht fliegen, ey. Keiner hat mir gesagt, wie es geht. Dann konnte ich. Und ich weiß immer noch nicht, wie es geht. Zwei. Warum konnte ich? Nur eine Zwei würfeln. Ihr Fasch. Ich schaffe. Okay. Scheiße. Hallo? Hallo? Ich möchte gerne fliegen. Dankeschön. Wer ist erster? Ich brauche noch... Der brauche noch... Ich brauche noch zwölf Felder, ey. Wow. Da hat mir die Zwei so viel gebracht, Mann. Jetzt brauche ich nur zwei Sechsen. Dann können wir natürlich gewinnen, vielleicht. Aber nur viel heiß. Gun Game. Nein. Ich kann doch nicht... Äh? Was ist das denn? Ach. Scheiße. Jetzt weiß ich, was Gun Game ist. Warte mal. Ich muss den Wreck rechen. Zwei. Eins. Ich habe noch gar kein Schwert. Ach. Ich habe gar kein Schwert an. Scheiße, Mann. Das wurde nicht. Die hat auch gar kein Schwert. Hallo? Schwert. Hallo? Hallo? Hier ist doch die Hilo. Komm mal zurück. Ich muss dich schlagen. Frau. Hier rieh mich an. Ich schenke... Ich raste ihn raus, ey. Komm, jetzt, komm. Jetzt, komm. Deine Sabgade. Deine Sabgade. Ja, alles klar. Das ist so assoziiert, das Spiel, ey. Das ist die von vorhin. Alter, leckere Stadt. Hab ich jetzt. Wer hat mich... Ich bin hinter dir. Hallo? Ich glaube, das sagt... So, ähm... Dir. Wo bin ich denn? Oh, ich habe nur drei. Hallo? 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 Könnte ich mal bitte zurückkommen? Hallo? Frau? Ey, die dumme... Die dumme Frau. Die ist irgendwie... Hä, was? Was war das denn jetzt? Die ist einfach... Weggepackt. Ich bin dritter? Oh, na dann ist gut. Ja, ne fünf. Ja, ne zwei. Scheiße. Ich bin zweiter Platz. Mir fehlen noch fünf Felder. Bin ich überhaupt zweiter noch? Fünf Felder, null Felder. Okay. Da habe ich endlich mal eine Runde fertig. Jo, das war's dann mit der Runde. Ich habe einen zweiten Platz wenigstens belegt. Dann sage ich mal... Danke fürs Zuschauen. Habe schon ein Outro gesagt? Ja, egal. Outro. Rechts ist der letzte Part. Unten die Kanäle und solche Dinge. Und dann sage ich... Wir sehen uns morgen wieder bei CSGO. Ecke wieder. Und tschüss.